Falls du auch vor dem Problem stehst, dass du mit einem normalen Klemmgriff hier nicht weiterkommst und die Verbindung sich hier auf keinen Fall lösen lässt, zeige ich dir jetzt, wie du diese Verbindung hier oder solche Mutternverbindungen lösen kannst. Und zwar braucht ihr dazu einfach zwei Hammer oder Hämmer. Warte mal, sag mal Hammer oder Hämmer? Naja, ihr müsst nämlich hier den Rost lösen, indem ihr mit beiden Hämmern oder Hammmern, das ist extra gut, das sind die Hämmer, hämmert ihr hier mit den Hämmern, also hämmert Hämmern die Hämmern hier beidseitig auf die Verbindung von allen Seiten. Schön. Und dann geht ihr zurück zum Klemmgriff und macht das Ganze nochmal und siehe da, es öffnet sich. Let's go. Schreibt es in die Kommentare, ob es bei euch auch geklappt hat. Peace.